Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Heute möchte ich Ihnen Lauro vorstellen. Lauro kam zusammen mit Livia ins Tierheim. Sie wurden leider in der Tierheimschleuse ausgesetzt und keiner von uns kann verstehen, warum diese Tiere dort abgegeben wurden. Lauro ist ein richtiger kleiner Schatz. Er ist ein ganz ausgeglichener, verträglicher, unterordnungsbereiter, netter Rüde. Ich kann eigentlich nur Positives über ihn berichten. Die Tierärztin schätzt ihn auf etwa 5 bis 8 Jahre. Er ist sehr schmusebedürftig, geht schon recht gut an der Leine, ist vom Wesen her sehr angenehm. Er apportiert für sein Leben gerne. Das Schönste für ihn ist apportieren. Das könnt ihr einen ganzen Tag machen. Er bringt ihnen alles, was sie haben wollen. Er kann gut in eine Familie mit Kindern, weil er so ein ausgeglichenes Wesen hat. Es wäre also sehr schön, wenn wir ihn bald vermitteln könnten. Er ist ein fröhlicher, nicht unangenehmer Hund. Er ist überhaupt nicht fordernd. Er wird nur sehr agil, wenn er spielen darf. Zu Hause ist er mit Sicherheit ein ganz angenehmer Begleiter. Mit Hunden hat er auch gar keine Probleme. Als ich mit ihm im Katzenhaus war, war er allerdings interessiert an den Katzen. Aber nicht übermäßig. Es kann aber durchaus sein, dass er, wenn eine Katze schnell wegläuft, natürlich dann auch hinter ihr herläuft. Wenn ich Ihr Interesse für diesen kleinen, verschmusten Kerl wecken konnte, würde ich mich sehr freuen. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie einfach Freitag bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr bei uns herein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.